hey leute was geht und willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal zuvor und gleich und ja leute heute reagieren wir mal auf den besten portland spieler auf der welt und zwar tifu ja und zwar ist es ein best of von tifu und das gucken wir uns jetzt heute einfach mal an also erstmal natürlich miese maradeurin am start muss ja so jo wahrscheinlich erst mal seine piece sind halt extrem ultra heftig alter ja gut was soll man dazu sagen leider hat verfehlt aber seine peaks sind halt ultra heftig das ist ja mal leute ich weiß ich kenne dieses ich weiß ich kenne dieses game der schon von tifu aber das ist ja wenn man sich das so genau anguckt und dann mal darauf reagiert und das kommentiert das ist ja ultra heftig das war's da kommt das nächste team und tot so krass da noch mal ein hit abgegeben ganz kurz hier rausgehen da wurde sich einer hoch ähm tot das ist so heftig das ist so krass da drüben jetzt gucken wir mal was er jetzt macht und zwar geht er jetzt da hoch und pusht john wick versucht was zu machen tifu kommt und tot so geht er dann mal ein bisschen runter er wird halt gar nicht getroffen von niemandem hier in der runde hier wird der wird von niemandem getroffen das ist so hardcore ich glaube der wurde bis jetzt noch zweimal getroffen oder sowas okay drei leute oder vier leute bääääm tau- äh down bin er da auf dem eine runter zack und down das ist so krass er hat aber verfehlt auch ein wunder bei ihm das ist so krass das original video ist nochmal unten in der video beschreibung verlinkt also da könnt ihr dann auch gerne mal vorbeigucken oh chilted action umstand 14 kills 16 kills 18 kills 22 kills 25 kills 28 kills 34 kills oh mein gott so hardcore ah das kenne ich das kenne ich das ist witzig und down das ist krass das ist krass das ist so heftig oh mein gott headshot 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 und headshot hey leute das ist so hardcore es ist so hardcore gleich so so krass 1 erster down er geht sich so voll über dem Boden das ist voll geil das sieht voll witzig aus aber den bug da gab es damals mal ja das ist auch krass bam ähm was will der andere tun ist die frage vor allem er fällt nie runter absolut gar nicht der typ ne ist das so krass das ist das ist x速 wenn es denn so dollar oh mein gott die frage ist was will der andere machen der war ja nix sitze so hier und ich würde sagen daun leute gibt euch das einfach mal ist es so unglaublich heftig wenn ihr gegen so jemanden spielen würdest ja das kenne ich mal ganz gut runtergehen juckt ja mal gar nicht so immer hier an der seite bei uns mal ein und dann gehen wir hier eine seite irgendwo raus bauen uns mal ganz kurz über den anderen juckt uns mal gar nicht bauen ihn ein editieren uns daraus er umbaut hat alles du hast man hat gar keine chance gegen ihn im baubittel was wollte jetzt der teddy bear machen gar nichts gar kein problem tschüss oh ja den clip kenne ich auch den clip kenne ich auf jeden fall bye bye das ist krass ich weiß jetzt nicht genau ob es ein hack war oder ein lag so okay das war's von dem video also wenn es euch gefallen würde ich mir selber einen liken auf dem kopf freuen bis dann unten rein und ciao а mam wir ok wir ihr ihr Vielen Dank.